St. Bravo, wir sehen 70 Feinde in Ihrem Bereich. Bitte bestätigen. Sehr lustig, Station. Negativ, total negativ. Over. Könnte ein Fehler in einem der ACS-Module sein, Sir. St. Bravo, Systeme werden gerade auf Fehlfunktion überprüft. Der Himmel ist frei, Station. Sie haben da ein paar Phantompunkte. Over. Zulu X-Ray 6. In Ihrem Bereich werden etwa 100 Feinde angezeigt. Negativstation, alles bestens. Ich weiß leider auch nicht. Sonneninterferenz, starke Sonnenfleckenaktivitäten heute. Sierra Delta, wir haben hier vielleicht ein kleines ACS-Problem. Sehen Sie irgendwelche Feinde? Over. Sie sind überall! Sierra Delta, wiederholen Sie. Ich sehe Kampfjets über der I-95. Sie seuerl, da sind Sie durchgezogen. Bereithalten. Kontaktieren die nächsten Einheiten in diesem Bereich. Verstehe. Hier ist Sergeant Foley, 1. Bataillon, 75. Ranger-Regiment. Befehlshabender Commander von Hunter 2-1. Hören Sie mich? Over. An alle Stationen. Achtung! Satellitenüberwachung wurde deaktiviert. Geräuschüberwachungssystem zur Zeit nicht einsatzbereit. Oh scheiße, was ist denn hier los? Oh scheiße. Oh, oh, oh. Wohin? Wohin? Wo seid ihr lang? Ach so, da seid ihr. Ich habe euch gesucht, meine Freunde. Oh scheiße, was ist denn hier passiert, ey? Overlord, hier Hunter 2-1. Herr bitte Luftunterstützung. Over. Hunter 2-1. Alle Luftunterstützung ist bereits im Einsatz. Zusätzliche Bodenunterstützung ist auf dem Weg zu Ihnen. Ist aber auf heftigen Widerstand getroffen. Over. Das merke ich. Wäre feindliche Panzerfahrzeuge gesichtet. Drücken zu Fuß vor. Over. Diese Musik dazu einfach, ey. Sieh Glück. Ende. Sorge, sollen wir uns hier opfern, oder was? Oh, oh. Die BTR nicht angreifen. Sie haben uns noch nicht gesehen. Nach rechts und dahinter bleiben. Boah, der macht aber alles kaputt hier. Ich sehe hier auch bei der Abschutzstelle. Da ist das noch runtergegangen. Wir wurden entdeckt. Ramirez, Rauchanarten einsetzen. Dann Deckung gegen. Team, eine Rauchanart auf dem BTR-Waffen. Wie? Kuh. Uiuiui. Boah, hallo. Boah, hallo. Okay, machen wir. Aua. Aua, aua. Aber der ist voll mit denen. Diese Biester. Boah. Diese Musik, die passt da aber mal überhaupt nicht, Alter. Hallo. Ey, weißt du? Du, nee. Am Arsch, Alter. Der ist tot. Der da hinten ist tot. Der dahinter ist auch noch tot. Und der da ist tot. Ah. Alles ist tot. Wird ja schon groß passieren. Sind nur Menschen. Alles tot hier. Eine Granate. Dann läuft das auch wieder. Alba hier. Das Ding zum Explodieren bringen, ey. Jetzt geht kaputt da hinten. Das ist... Ah. Neu, was explodiert hier? Noch eine Granate. Will, dass das explodiert. Boah, hallo. Granate? Sie brennt. Wow. Alter. Ah. Ja, okay. Mit dir, mit dir. Wo bist du? Da bist du. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh 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 oh. Hi. Hi, Kollegen. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Oh 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 oh. Okay, wir gehen aufs Dach. Alles gut. Wow, 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 wow. Achtung Ladies. Das sind 같이 im Süden. Scheiße, ich hab das gerade gut gemacht. hab ich das gerade wirklich kaputt gemacht scheiße aber wo sind wo geht es hier hoch wo können die denn hier hochkommen ich habe wirklich unser eigenes geschütz kaputt gemacht wieso warum funktioniert das das sollte eigentlich funktionieren so sehe ich das hier vier so was also jawoll passt dieses spiel ich da war viel zu oft drauf alter ja ich warte hier ist aber nichts so alles zerstören hier alles was geht walter was ist denn schief mit denen wo 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 vor scheiße ja genau okay das wollte ich nicht haben ich wollte dass er hinten das ding wollte ich nehmen so ja feuer nach norden granate so menschen überall ne ne hallo immer noch nein hä oh lai du pisser ja die rossen haben genug okay da war noch jemand aus norden zwei btas oha jawoll machen wir ach da auf der anderen seite achso falsches 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 haus hier okay okay wir laufen da hinten ist ein btas oh shit wow oh 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 was hier schon wieder abgeht das aber wirklich krass hallo was wie was hä auch gut jawoll jawoll 5 so jetzt kommt die predator zum einsatz hallo sag mal geht's noch noch einer 5 bam jawoll hier drüben neu formieren ne mal gucken ob wir noch hier da können wir nochmal rauf gehen einmal oder vielleicht kriegen wir noch irgendwo was so wo haben wir denn noch was da sind noch welche bam weiter schießen okay weiter schießen hui bam jawoll die können wir nicht treffen gute arbeit team hier drüben neu formieren okay wir laufen zurück nix zu vor wow wow roger alle zuhören planänderung ramirez sichern sie mit ihrem druck den burgertown wir bringen raptor dorthin diese position wurde entdeckt alle anderen zuhören wir bewegen raptor sobald wie möglich am nordeingang vom nate sammeln wir müssen hier unbedingt raus bevor die noch einen angriff starten hui bam vielleicht kriegen wir noch was kaputt hier da sind noch welche bam bam fünff nochmal jawoll okay ich werde jetzt einfach reingehören lol äh ich bin schon mal im burgertown egal noch mal 5 da kommen welche bam ja ich weiß ich kann das auch beschützen hier ist nichts da ist jemand bam noch irgendwo was bis jetzt nicht bis jetzt ist alles gut ja hier ist doch jemand ziel erledigt ich habe es zum kühlraum im burgertown geschafft raptor ist drinnen und sicher okay da kommen welche bam mehr als 10 gegner 17 also irgendwie habe ich schon 2 äh mehr als 10 getötet boah scheiße alter macht was benutzen sie die ferngelenkten predator raketen das mache ich doch schon die ganze zeit was ist euer problem das habe hoffentlich nicht ich gesagt weil das ziemlich schwul klingt wo 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 was wie hä was was wo schießt ihr denn hin wo 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 Falsches Ziel am Arsch Ich geb Digger ein falsches Ziel